Guten Morgen und alle guten! Ich habe jetzt immer ein Video-Platz für meine Corona-Virus-Infizierung zu dokumentieren. Es ging genau für eine Woche krank. In Dünnst, am 10. März wurde es angefangen, dass ich einen drittenen Haus kriege. Es sind Asthmatiker und ich fand eigentlich nicht so viel darüber gingen. Am 11. März wurde es angefangen mit Fieber. Die Fieber sind in der Zeit lang geblieben. Sie wurden in Europa bis 37 Jahre alt. Hier noch als Fieber auf der Zeit gegangen. In den letzten 3D habe ich noch keinen Fieber. Ich finde aber immer, dass die Hals und die Lungen weg sind direkt aus dem Atem. Es ist unheimlich eine Grippe. Das am Hals spielte ich mehr so wie eine Farangite oder eine Lorangite an die Lungen. Wie eine Leicht-Lungenentzündung ein bisschen. Das heißt, wenn ich die Lungen entzündet, ich merke nicht an den Lungen, der der Pfeff hat. Wenn ich die Treppen runtergehe, dann habe ich sie noch direkt aus dem Atem. Ich bin schon ein Sportler. Ich mache richtig viel Cardio. Ich passe in meiner Ernährung ab. Ich habe Vitaminen und Supplemente, die ich alle erhebe. Mein Alter ist zwischen 40 und 50 Jahre alt. Und ich fühle mich an die Erbesserung. Ich kann mir aber vorstellen, dass Leute, die mich alle sehen, wie mein Papa, die in der 2.7 Jahre alt, dass die nicht so einfach weg ist. Dafür bleibt dann ein Gifffernieren mit allen Leuten weg. Weil ich nur eine Woche habe. Ich bin ziemlich mit. Auch wenn man besser geht, ich bin immer noch mit. Und ich finde das relativ gut weg. Aber die Leute, die mich alle sehen, die machen das wahrscheinlich nicht. Dann habe ich schrecklich Lust auf Toilettenpapäuer, für die sie permanent sind. Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wo der Stress mit dem Toilettenpapäuer du hier könnt. Aber ich würde mich nicht sagen. Und das könnte mir ruhig vorstellen, von der Welt hier auf YouTube, sondern auf Facebook und auf Instagram. Und ich werde mich demnächst heute melden, mit einem anderen Video für euch, so wie es mir geht. Und bis dahin, bleibt gesund. Und danke für den Augenblick. Ade! Piep. sexy ode